Ja, der Kryptomarkt ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, wie er aus allen Nähten platzt. Was hier gerade passiert, ist wirklich verrückt. Einfach hier, das zeigt es eigentlich am besten. Dieser Chart mit den Farben, das ist wirklich krank. Man sieht ungefähr, wie viel YouTube-Aktivität da ist und wie viel da war immer, als Bitcoin das All-Time-High gebrochen hat. Dann ist es erst richtig angefangen zu steigen. Wir waren hier beim All-Time-High irgendwo bei 14.000, 15.000 oder auch hier bei dem lokalen Top, was wir gebrochen haben. Und dann sind wir hochgegangen. Das ist natürlich stark, weil Bitcoin das zeigt, wohin es diesmal gehen kann. Stellt euch mal, seht ihr hier unten links mit der Maus, sieht man die Maus? Ja, seht ihr hier unten links im Juli 2020 die YouTube-Aktivität? Das hier müsste gerade eventuell, könnte man mit jetzt vergleichen. Jetzt stellt euch mal diesen Balken vor, der jetzt gerade nicht klein aussieht. Es werden Zeiten kommen, dass dieser Balken, den wir jetzt gerade haben, so aussehen wie das hier. Das heißt, wir werden irgendwie 20-fache YouTube-Aktivität haben und dann wird dieser Balken, den wir jetzt gerade haben, so klein aussehen wie im Juli 2020. Das ist krank. Das ist krank, wenn man solche Indikatoren sieht, wo es hingehen kann und wie stark der Kryptomarkt explodieren kann. Bin sehr optimistisch, aber es gibt ja keine Garantie, wie hoch es geht. Boah, was der Kryptomarkt aktuell macht. Also Bitcoin könnte jetzt wirklich das All-Time-High knacken. Und wenn das All-Time-High geknackt ist, dann geht es erst richtig los. Das ist das Verrückte. Vor allem ist das Bitcoin-Halfing noch etwas entfernt. Die meiste Price-Action 90 Tage vor dem Bitcoin-Halfing und 90 Tage danach. Bitcoin-Halfing-Countdown. Und wir sind schon bei 52.000. All-Time-High ist bei 69.000. Ist gar nicht mehr so viel, ist nicht mehr so weit entfernt. Wenn wir hier einfach mal CoinGecko aufmachen, hier reinschauen und einfach hier maximal aufmachen, sehen wir, wie nah wir schon am All-Time-High sind. Das kann schnell dorthin gehen. Natürlich mit den ganzen Bitcoin-ETFs, den großen Institutionen, aber Bitcoin-Halfing wird jetzt langsam auch relevant. Das Hype-Thema drumherum und dann nochmal die Retail-Massen, die aktuell noch gar nicht drin sind, die sind komplett vernachlässigt. Man sieht es bei den YouTube-Aufrufen. Wir haben teilweise gleiche YouTube-Aufrufe wie vor Oktober 2023. Teilweise waren vor Oktober 2023 noch bessere Tage da, wo mehr Leute am Kryptomarkt aktiv waren. Das heißt, die FOMO hat noch gar nicht richtig reingekickt. Und das ist natürlich krank. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link. 10 Euro Startgut haben, die ersten 1.000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.